Wieder läuft der deutsche Angriff über rechts. Bobic, ja! Das 1 zu 0 für die deutsche Mannschaft. Aus dem Nichts heraus der erste vernünftige Angriff und gleich das Tor. Das ist die Klasse, auch von Fredi Bobic, der Comebacker der Saison. Noch einmal. Ballack hat herausgespielt, dann diese präzise Flanke. Und Bobic, nicht abgedeckt von Presley. Die Flanke von Frings. Und Presley steht falsch. Unhaltbar, dieser Aufsetzer für Douglas. Zeigt natürlich auch ihre spielerischen Grenzen. Schnell ausgeführt. Miller! Oh, haben sie da geschlafen. Cameron hatte den Freistoß. Der Mann mit der Nummer 11 ganz schnell ausgeführt. Und dann Kenny Miller, der Stürmerstab von Wurmerhälften Wanderers. Hier bebt die Tribüne. Haben Sie es nochmal gesehen? Cameron nahm den Ball in die Hand. Direkt gespielt. Auf Kenny Miller, der Mann mit der Nummer 9. Weder Friedrich noch Frings hier. Und dann den Ball klug in die lange Ecke geschoben. Mann, haben die da geschlafen.